Wenn ich eine Höhle ausgehöhlt habe, werde ich trotzdem eine Bilanz von null Diamanten haben. Marcel, hier. Ich könnte es wetten. Wer schließt mir denn mehr Wetten ab? Marcel, ich weiß es nicht. Hier. Zwei Eisenblöcke. Dass ich, was, in dieser Aufnahme keinen Diamanten finde. Während ich hier abbau. Es geht nur darum, dass ich hier meine Höhle abbau, ne? Einer reicht mir schon, ich will noch was tolles machen. Guck, guck in meine Hand. Ne, ne, ich meine es sind Blöcke, ne. Also, oder meinst du jetzt wirklich keiner? Boah, hast du nachts einen Eisenblöcke? Eisenblöcke, ja. Wir haben fünf Blöcke gefunden. Also, keine, keine... Ich weiß, die es nicht gefunden haben. Nein, drei Eisenblöcke. Mal wieder, ne? Jetzt drei. Ah, das ist ja sogar 27. Ah, siehste, das lohnt's sogar. Ja. Das ist eine vollständige Rüstung plus Schwert. Denk ich nämlich auch. Und eine Schaufel. Ja. Die liebe Schaufel. Wo bist du, Marcel? Ach, bestimmt hier mein Wasser runtergesleitet, oder? Ich schaufel. Ja. Hm? Ich schaufel dir gleich eine, du. Oh, ja. Hm. Ups, Marcel hast du was? Komm her. Komm her. Ich schaufel mich. Oh Gott. Verdamm. Aber zieh dabei die Kettenhose. Na, ich hab nur noch Materiel mit der De Марst voll Hunger. Ach, Felix. Gleich hab ich wieder was. cha Walk her, komm her. Lalalalalalalalalalalalalalalalala Kann man da Quailfischen gehen? Nee, was hast du gesagt? Das kann man auch geil bauen Jo. Also, um sie dann wieder fertig. Ja, natürlich LoL, aber dass da die Schlucht noch keiner entdeckt hat Ja, ja Was ist die eine Schlucht da auf dem Weg zu dir? Dann glaube ich die entdeckt Ja, weil er das noch um... Ja, ich bin noch nicht drüber gelaufen weil ich jetzt gerade nicht reingerinnen wollte aber sie ist da ja ihre präsenz ist mir bewusst warum habe ich jetzt ein einmal gemacht wenn ich noch fünf einmal habe verdammt hey das kann ich in meiner singleplay welt habe ich auch über 20.000 sticks einmal weil ich mir jedes mal einen neuen kraft wenn ich in der mine bin weil ich jedes mal ihn vergesse schadet nicht ich habe nie einmal mit in der mine ist aber vernünftig ich habe mich gemerkt damit eine kühle ich weiß dass es theoretisch sinn macht aber ich brauche nie einen ja mach aber nicht töten und wenn dann wenn dann so dass zwei üblich bleiben und wie du weißt sterbe ich so gut wie nie agar hast du was zu essen ey das sieht ja cool aus ja hab ich jetzt krieg ich mal was ja warte 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 dankeschön selbstgebackenes brot mann an uns wissen muss aber auch gerade auch ganz besondere zu er hat doch er hat drei brote bekommen und die komplett gefressen das wird noch weiter gebaut aber nur weg es wird da da waren wir unten geht zur miene die ich versinnlich geflutet habe kruppsten passiert nio wird auch ein zauber ab 1 Nein. Leider nicht. Weißt du, dann bekommt er wahrscheinlich effizient fünf Glück, zwölf. Zwölf. Wieso? So. Aga, wie viel Level hast du? Einen. Scheiße. Ja, ich hab doch gesagt, die sind nur zum Attentat machen hier. Ja. Nein, ich hätte ein Aga gebracht, wie viel Level war. Ich hab überhaupt nichts zum Attentat dabei. Nö. Nein, nur ein Lava-Eimer und so. Der läuft, läuft. Marcel, du vergisst außerdem, dass ich auch, äh, Dings anhab. Ich hab, ähm, wie heißt das? Better Lightning. Ich seh das schon, wenn du deinen Lava-Eimer in der Hand hast. Das heißt, deny me- deny me- ah, fuck it. Scheiße, da wollte ich schon korrigieren, dann klappt's nicht. Also, siehst du das hier auch? Ja. Das seh ich. Direkt hin. Gewandster, Aga. Da war nix. Nö. Hab ich nie gehabt. Ja, Felix! Ich hab ne richtig geile Idee. Ich glaube, ich weiß, was du überhaupt hast. Ich glaube, wir müssen mal Felix derbe aufs Maul geben und sein Haus vernichten. Wie wär's denn? Warum mir? Ja, wer ist denn der Komplize? Ja. Der Komplize ist immer der, der Schlimmere als der, der es selber tut. Mitläufer nennt man das. Ja, sag ich. Jetzt zündet ihr alles an. Mh, wir jetzt warten. Jetzt ist aber nichts passiert. Ja, weil ich's gelöscht habe. Ich auch. Hm. Felix, du weißt, wenn du dich gegen mich stellst, ist das verhängnisvoll. Oh, Aga, hab ich nicht. Zünd nicht den Dschungel an. Okay. Loll, Aga, was machst du? Du weißt eh jemand daneben. Oh, Gott. Aga, nein, lass es. Och, Aga, lass es. Sündlich. Er wird daneben des Brotter-Zemberts und fällt ins Loch rein, Alter. Lass nicht, lass es. Was meinst du, wieso ich zurückgelaufen bin? Ich will doch gehen. Aga, ich verspreche's jetzt, okay? Das so immer am Ende kommt doch was, deswegen glaubt ja keiner mehr. Ja, Nio, genau. Das ist das Problem. Nein, Aga, mein letztes Versprechen hab ich auch einen gehabt. Außerdem will ich jetzt noch keinen Krieg. Warum fängst du denn mit so einem Mist überhaupt an? Ja. Gut, dann mach jetzt den Dschungel, den Baum wieder aus. Hopp, löschen. Sofort. Ohohoho, viel Spaß, Alter. Ich hab einfach die Verbindung und lass den oberen Teil abbrennen. Marcel, das wird alles verhängnisvoll, was du hier tust. Es geht so alles doppelt und dreifach wieder. Zumal es schon auf dem nächsten Baum überspringt. Ne, ich hab grad ausgegangen, wo es übergesprungen wäre. Oh, ist der Blink. Nein! So, er fällt gerade recht runter. Alter. Ja, meine Fresse. Aber jetzt weiß ich, was Marcel vorhat. Das ist schon mal gut. Das ist nur ein Baum. Ja, ich weiß. Aber ein Baum zu viel, würd ich sagen. Hi, Aga. Hi, Aga. Gibt's ja so wenig Bäume. Halt die Fresse. Sepp, 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 Sepp. Schau mal. Hm? Er war AFK gewesen, ich hab ihn unter ihm weggeklappt. Typisch. Aua? Da brennen noch, da brennen noch Blöcke, Leute. Du verschätzt den Baum, wie gesagt. Ja, ich hol gerade Wasser. Als ob das jetzt noch hilft. Ja, Sigi hilft das. Hab ich ne Axt dabei? Hab ich sogar. Verwert zur Rettung. Ja, aber wenn sie oben drauf brennen, verbreitet sich's eigentlich nicht, oder? Ich mach erstmal den Block hier kaputt. So, jetzt brennt's glaub ich nur noch... Wow, wow, wow. Ups, oder? Ist ja noch oben, oder? Ja, nur noch oben, ja. Ja, dir hier. Oh, fuck ey, diese scheiß Zeugs hier. Okay, Maka, gut. So, jetzt ist glaub ich alles aus, oder? Ja. Ja, jetzt ist es aus. Ich glaub den brauch ich trotzdem mal, weil das so sieht's kacke aus. Ähm, ja. Und ich make jetzt, wie gesagt, ne Kuh, was ich ja eigentlich vorhatte. Hm, mach das. Mach's ne Cash-Kau draus. Oh, ne Make-Kuh. Hey, das solltest du sogar verstehen. Ja, ja klar. Kenn ich das. Das hatte ich in der Berufsschule. Naja, ich auch. Vor kurzem erst. Marcel, überleg dir, was du hier treibst. Woa, 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 woa. Entschuldigung. Entschuldigung. Ops, oder? Das wird jetzt laut gewesen sein für die Zuschauer. Ich hab grad voll gegen's Mikro geschneiden. Ja, das ging eigentlich. Ja. Trotzdem wird es unangenehm gewesen sein. Das Geräusch ist echt unangenehm. Ich glaub mir, mich nervt das auch, wenn ich gegen's Mikro schnack. Hi, Sir. Hi. Kür waren... Und? Hier, genau. Danke, liebe Kuh. Warum hast du ja überhaupt eigentlich überhaupt kein Licht in deiner Hütte? Ist doch Licht. Achso, hier drin. Da können auch noch was nicht gemacht. War zu faul. Guck mal, Licht. Ich schaff mich mal. Oh, Enderchest, Enderchest. Hätt ich das dann gewusst, hätt ich mal mein Zeug mitgenommen. Nee, du brauchst hier gefälligste Ereignisse. Okay, sie haben den Wald angezündet. Ich seh's auf der Maße. Okay, danke, Master. Ich werd den anderen mal deinen Wegpunkt verraten. Hä, ich, ich... Ich hab den nicht angezündet. Nein, nicht. So, wo ist denn mein Wegpunkt? Map, Waypoints, Masel... Also, Leute. Jetzt geht's doch. X254, 85, 717. Alter, Säb, ich sag nicht so'n asozialer Wichser. Du bist'n asozialer Wichser. Was brennst du meinen Wald an? Halt die, halt die fressig. Tippo. Und, und, und du hast versprochen, du sagst es niemandem. Egal, was passiert. Es ist ja zu spät, du hast mein Investor verbraucht. Also, ich weiß es auch, zur Not hat ich so weiter erzählen können, wo daher... Okay, ich lösche es jetzt. Aber lass mich. Wo ist denn das? Da hinten. Nee, falsche Richtung. Da hinten. Ach, da hinten. Dann geh dahinter und geh nicht zu meinem Haus. Ja, verpiss dich jetzt. Ich will hier löschen. Ja, da bist du aber in der falschen Weg. Ey, da verpiss dich einfach. Hallo, falscher Weg. So. Mach dich jetzt dahinter und lösche das Wasser. Alter, dann lass mich jetzt. Ja, dann geh doch. Ach, verpiss dich von meinem Haus und lösche das gefährlichst. Ja. Und wenn das hier noch weiter brennt, werde ich mich um deine Wohnung mal kümmern. Junge, ich wollte ja nicht in den Boden. Geh weg. Ich wollte ja Platz für ein Industriegebiet schauen. Zeig dir gleich ein Industriegebiet. Oh man, warte mal, das kann man... Löschen. Da oben löschen, vor allem hier der Umkreis. Ja, erstmal im Umkreis. Danach könnt ihr immer noch oben löschen. Aber erstmal der Umkreis ist wichtig. Na ja, hat sich doch jetzt gerade. Ja, trotzdem. Sass ihn aufs Maul. Alter, Sebastian hat mich in Ruhe. Sicher nicht. Das wird dich verfolgen bis ans Ende der Season. Das werde ich nicht vergessen. So denn? Einfach Wichser, ey. Er fängt ja mit dem Scheiß schon wieder an. Mhm, wollt grad sagen, ja. Ich hab gar keinen Anschlag auf mich, äh, auf Felix verübt. Was? Ich hab gar keinen Anschlag verübt. Woll nicht auf Felix. Ja, das war der, das war der Rache für Felix. Wieso denn? Das macht dich weg von hier. Komplett weg. Ja, hab ich doch vor. Verschwinde. Das ist die falsche Richtung. Da gehörst du nicht hin. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Falsche Richtung. Extrem falsche Richtung. Da lang. Ja, du warst richtig. Du gehst in die falsche Richtung. Aga, hast du Wasser dabei? Geh ich nicht. Ja, hab ich. Gut. Der wird dir nämlich gleich meine Haus anzünden. Hab ich nicht vor. Dann geh weg, du bist in die falsche Richtung. Nein, hör auf. Junge, ich bin hier schon raus. Nein. Ich hab kein Feuerzeug mehr. Du hast Lava einmal, das ist genauso. Ja. Werfen wir den Lava einmal her und wir glauben dir, dass du nix machst. Ach, Aga. Sorry. Gut, du steckst vielleicht in irgendein Baum. Da ist er. Irgendwie erinnert das mich an Marc, dein Haus. Jetzt bin ich doch richtig, oder? Nein, du bist in die komplett falsche Richtung. Ah. Also Orientierung ist nicht grad. Wie weit bist du mit deiner Höhle unten? Mach einen Scheiß und dein Haus ist im Arsch. In die Richtung. Nicht du, ich mein jetzt auch Felix. Weißt du, was du dabei hast? Marcel, wo willst du hin? Da lang. Komm, ich geb dir nochmal einen Stopps. Aua. Du verpissst dich jetzt von hier. Ja, was meinst du, was ich vorhabe? Ja, dann geh, du gehst die ganze Zeit in die falsche Richtung mit dem bekloppten Lava-Arm. Jetzt gehst du hier geradeaus und da ist dann der Ausgang. Ich verfolge ein Stück. Ja, allein schon, wenn meinst du euch da hinweist, komm ich schon mit. Achso, naja gut, Felix ist bei dir jetzt nicht im Auge desner dran. Ne, ne, ich bin bei dir auch. Naja, wer weiß, was du schläfst. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich weiß, wo du den Haus warst. Na gut, Marcel ist natürlich auch. Du bist aber noch nicht weit gekommen. Ja, ich muss das ja ganz auch mit den Eisenspitzhackern abtragen. Zumal ich ja auch gerade die ganze Zeit unterwegs war. Wo bin ich jetzt? Da lang. Du gehst schon in die richtige Richtung. Da kommst du dann irgendwann zu Felix, wenn du geradeaus weiterläufst. In die Richtung kommst du zum Felix. Ja. Ja, jetzt ist er geradeaus. So, in diese Richtung. In die Richtung kommst du zum Felix. Da, wo der Pfeil gerade hinfliegt. In die Richtung dahinten. Genau da. Da lang. Wo ich dich gerade hingehauen hab. Leute, irgendwie leckt er, oder? Ja. Ähm, irgendwie schön. Der schwebt doch bei mir auch in der Luft. Troll, oder? Trolle. Hey Aga, ich angel dich. Hä? Warum funktioniert das nicht? Leute, ich hab dir gerade voll... Oh. Also. Äh, ne. Ne, ne, ist okay. Ist egal. Meine Steaks sind alle. Jetzt muss ich wieder Schnitzel essen. Hm. Du hast Probleme. Schlimm. Ja. Wollten euren Wald nie anzünden. War nur ne Reflexreaktion. Okay, dann weiß ich ja, wie ich das dann nenne, wenn ich bei dir bin. Ja, was denn, wenn ihr Felix mal zu tödet? Dann lasst ihn doch einfach mal. Hm. Alter, ihr seid asozial. Du bist asozial. Was brennst du beim Wald an? Du rennst in die falsche Richtung. Da, wo? Wenn's euch mal aufgefallen ist, bin ich eh der Einzige, der es nicht weiß... Da lang. Da lang. Warte mal ganz kurz. Warte, warte, warte. 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 Das hier sieht aus wie Mark. Felix sucht. Ich hab mal einmal Milch dabei, du Noob. Ich hab sogar 5 Eimer. Gut, dass du grad einen Drang dafür verschwendet hast. Ja, mich hat er auch schon einen verschwendet. Muss er ja wissen. Lohnt sich bei uns halt einfach nicht. Wir sind halt so schlau und so gut für ihn. Jetzt wirst du eingebildet. Ich weiß. Minimal. Ich. Ja, du. Ich mach mir jetzt nen Riesenpilz. Warum? Was hast du damit denn vor? Stoned werden! Nee, das ist falsch. Ah! Hey! Mark! Danke auch. Mach her, da oben auch. Ein Bezil. So. Benutzt du nicht den Eingang? Keine Ahnung. Ich hab nicht gesehen, hey. Ich hab nur Terraforming gemacht in letzter Zeit.